Hallo zusammen, ich bin Amber und ich lebe in einer kleinen Stadt in der Nähe von Chicago. Klicke gefällt mir und abonniere. Ich habe immer von Mutterliebe gehört und davon, wie sie das Leben der Kinder verbessert. Aber leider habe ich das nie erlebt. Ich wurde von einer alleinerziehenden Mutter geboren, die mich über alles liebte. Wir waren nicht super reich, aber sie gab sich alle Mühe, mir das Beste auf der Welt zu bieten. Aber als ich fünf Jahre alt wurde, erfuhr ich, dass sie unheilbar krank war. Und so musste ich zu meiner Tante und meiner Cousine Gia nach Hause. Meine Tante arbeitete als Krankenschwester, aber sie hatte auch ein Nebengeschäft, in dem sie Soßen nach dem Geheimrezept unserer Familie herstellte und damit verdiente sie recht gutes Geld. Aber es dauerte nicht lange, bis ich merkte, dass sie mich nicht besonders mochte. Einmal spielten Gia und ich in der Küche, als Gia plötzlich in die frisch verpackten Soßenflaschen stürzte und meine Tante auf uns losging. Ihr kleinen Belger, warum macht ihr immer alles kaputt? Tante, es war nur ein Versehen. Halt einfach die Klappe. Ich will kein Wort mehr hören. Von jetzt an schläfst du auf der Couch. Und du, Gia? Was habe ich nur falsch gemacht, dass ich so ein Kind wie dich bekommen habe? Ich stand da mit Tränen in den Augen, aber Gia kam und umarmte mich. Ist schon gut, Amber. Wenn Mama schläft, schleichst du dich in mein Zimmer und sie wird es nicht merken. Oh, Gia, du bist die Beste. In kürzester Zeit kamen wir uns super nah und ich war froh, eine Schwester wie sie zu haben. Als wir aufwuchsen, ging Gia und ich auf dieselbe Schule. Und obwohl Gia die schönsten Klamotten trug, machten mir die Kinder immer noch Komplimente für die Klamotten, die ich von ihr bekommen hatte. Amber, du siehst toll aus. Das Kleid steht dir sehr fantastisch. Danke. Es ist von Gia. Sie hat es letztes Jahr bei Sarah gekauft. Ich habe es aber nie an ihr gesehen. Vielleicht sah sie nicht so hübsch aus wie du. Die Mädchen gingen kichernd weg und in diesem Moment kam meine Tante aus dem Nichts und ging auf Gia los. Du wertloses Kind. Ich bin gekommen, um deine Zeugnisse abzuholen und du hast nur Vieren? Und jetzt machen sich sogar diese außerirdisch aussehenden Mädchen über dich lustig. Schande über dich. Tantchen, warum bist du immer... Oh, du denkst, du bist ihr Anwalt, weil du gute Noten hast? Misch dich nicht ein, wenn ich mit meiner Tochter spreche. Du bist ein Niemand. Mit diesen Worten stürmte sie davon. Und ich konnte sehen, wie Gia die Tränen in die Augen stiegen. Also nahm ich sie mit zum Schlittschuhlaufen, um sie aufzumuntern und wir hatten so viel Spaß zusammen. Einmal, als wir in der sechsten Klasse waren, gab es ein Vorsprechen für eine Kinderrolle in einem Fernsehspot. Meine Tante bestand darauf, dass Gia für die Rolle vorspricht. Und sogar Gia war ganz begeistert davon. Aber als wir hingingen und Gia ihren Text vorlas, schrie der Regisseur, Cut! Das Mädchen im rosa Kleid. Ich will sie für die Rolle. Sie ist perfekt. Sie? Sie ist Niemand. Meine Tochter Gia ist diejenige, die vorspricht. Nein, ich nehme sie auch ohne Vorsprechen unter Vertrag. Und zwar sofort. Meine Tante drehte völlig durch, als sie das hörte. Nein! Das lasse ich nicht zu! Tantchen, bitte beruhig dich. Ich werde ihr sagen, dass ich die Rolle nicht will. Aber sie hörte nicht auf ihn und sprang auf den Regisseur und riss ihm ein paar Haare aus dem Kopf. Du Blinde! Hast du Augen oder Melonen im Kopf? Siehst du nicht, dass meine Tochter für diese Rolle wie geschaffen ist? Die Crew warf uns aus dem Dreh raus. Und als wir nach Hause kamen, schrie mich meine Tante an. Du kleine Schlange! Wie kannst du es wagen, meinem Mädchen die Chance zu verderben? Mama, warum benimmst du dich so? Du magst mich doch gar nicht. Ja, aber ich kann nicht verlieren. Ich will, dass die Leute sehen, wie erfolgreich ich bin. Und dass du eine Taugenichts Tochter bist, hat meinen Ruf ruiniert. Du machst das alles nur, um anzugeben? Für andere Leute? Ach, halt die Klappe! Du bist genau wie deine Mutter! Böse! Geh und mach jetzt das Geschirr sauber. Und du, Gia, geh etwas lernen, sonst bekommst du für immer Hausarrest. Als Gia das hörte, rannte sie in ihr Zimmer und knallte die Tür zu. Warum stehst du immer noch wie eine Idiotin da? Ich kann dich nicht ansehen. Du erinnerst mich an deine Mutter und was sie getan hat. Geh einfach! Meine Mutter? Was meinst du damit? Geh einfach! Später am Abend, als Gia nicht zum Abendessen kam, ging ich mit einem Becher Eiskrim in ihr Zimmer. Hey, es tut mir leid, was heute passiert ist. Ich wollte dir wirklich nichts verderben. Ich weiß, Amber, es ist nicht deine Schuld. Ich habe mich nur gefreut, endlich etwas zu tun, auf das meine Mutter stolz sein würde. Aber ich weiß nicht, warum sie immer so ist. Und ich weiß nicht, warum sie sich so sehr hasst. Aber ich tue es nicht und werde es auch nie tun. Ich weiß, Gia. Ich umarmte sie fest und wir aßen Eiscreme und redeten die ganze Nacht. Die Zeit verging und bald waren wir in der Abschlussklasse, als Gia eines Tages zu mir kam. Oh, Amber, ich glaube, ich habe mich verliebt. Er hat mich um einen Stift gebeten. Kannst du dir das vorstellen? Es gab so viele Mädchen, aber er hat mich gefragt. Gia war bis über beide Ohren in diesen einen Typen verliebt, Aiden. Er war ein neuer Schüler und sie schwärmte die ganze Zeit von ihm und folgte ihm sogar auf Instagram. Und ich konnte nur lachen, als ich sah, wie verliebt Gia war. Aber am nächsten Tag passierte etwas Seltsames. Aiden bat mich um ein Date. Seitdem ich dich gesehen habe, kann ich nicht mehr aufhören, an dich zu denken, Amber. Geh mit mir aus. Nein, ich kann nicht mit dir ausgehen. Ach komm schon, warum? Was machst du dieses Wochenende? Was mache ich dieses Wochenende? Ich habe vor, Kopfschmerzen zu bekommen. Wenn du mich jetzt entschuldigst? Ich schob ihn zur Seite und ging weg. Aber Aiden schien meine Abfuhr als Herausforderung zu sehen. Er folgte mir auf Schritt und Tritt und tat alles Mögliche, um mich zu beeindrucken. Und Junge, war der süß. Aber ich wusste, dass ich niemals mit ihm ausgehen konnte. Gia mochte ihn so sehr. Nachdem er eine ganze Woche lang versucht hatte, mich zu verfolgen, sagte ich ihm, er solle aufhören. Und er ließ es daraufhin sein. Eines Abends war ich in meinem Zimmer und lernte, als Gia hereinplatzte. Oh mein Gott, Amber, ich habe die besten Nachrichten der Welt. Aiden hat uns zu seiner Party am Samstag eingeladen. Gia, du musst dich beruhigen, wir kennen ihn noch kaum. Komm schon, Amber, ich kenne ihn. Er ist der Vater meines ungeborenen Kindes. Tu es für mich, bitte. Ich verspreche, es wird lustig. Nachdem Gia mich immer wieder angefleht hatte, musste ich nachgeben. Aber meine Tante weigerte sich, mich gehen zu lassen. Sie wird nirgendwo hingehen. Und was dich angeht, ja, geh. Vielleicht kannst du dir einen reichen Freund suchen, da du auf dem College keine Zukunft hast. Das war nicht nett, aber Gia war das egal, denn sie war schon auf Wolke sieben und dachte an die Party. Eine Stunde nachdem Gia zur Party gegangen war, klingelte es an der Tür. Ich war schon halb die Treppe runter, als ich meine Tante an der Tür sah, die sich mit Aiden unterhielt, der als Klempner verkleidet war. Was? Oh, hallo, Ma'am. Miss Gia hat mich angerufen, um ein paar undichte Rohre in ihrem Badezimmer zu reparieren. Ich bin hier, um sie zu überprüfen. Die Tante ließ ihn herein und ich rannte hinauf, als er die Treppe hinaufstieg. Kaum war er auf dem Treppenabsatz, zog ich ihn in mein Zimmer und schloss die Tür. Was machst du denn hier? Und warum bist du so angezogen? Ich hab die verdammte Party nur geschmissen, damit du kommen kannst, weil deine Schwester hat mir gesagt, dass es dir nicht gut geht. Also bin ich hergekommen, um nach dir zu sehen. Du lässt deine eigene Party sausen? Verkleidest dich als Klempner? Du bist verrückt. Ja, für dich. Ich konnte nicht aufhören, rot zu werden. Und in dem Moment kam er mir näher und küsste mich. In diesem Moment stürmte Gia in mein Zimmer und zog mich an den Haaren. Mein Gott, du doppelzüngige Lügenhexe! Wie kannst du es wagen, Aiden zu küssen? Gia, hör mir zu. Mama hatte so recht mit dir. Du bist wirklich eine Schlange. Genau wie deine Mutter. Ich bin ausgerastet, als sie meine Mutter erwähnte. Wie kannst du es wagen, so über meine Mutter zu reden? Sie war eine wunderbare Frau, ganz im Gegensatz zu deiner Mutter, die ständig eifersüchtig und furchtbar ist. Daraufhin wurde Gia ganz rot und wir gerieten in einen wilden Streit, der mit blauen Flecken und zerrissenen Klamotten endete. Und wir bekamen eine Woche Hausarrest. Nach dem verrückten Streit haben wir tagelang nicht miteinander geredet. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, was es mit meiner Mutter auf sich hat, die alle immer wieder erwähnten. Ich versuchte mit Gia zu reden, aber sie wurde von Tag zu Tag gemeiner. War meine Tante nicht schon genug? Jetzt verbündeten sich die beiden gegen mich. Oft fand ich meine Sachen und Klamotten ruiniert. Und einmal hat sie sogar all meine Bücher in den Müll geworfen. Gia, ich brauchte diese Bücher für meine College-Stipendiumsprüfung. Wie kannst du es wagen, sie wegzuwerfen? Oh, richtig. Ich hätte sie nicht wegwerfen, sondern verbrennen sollen. Ach, Schatz, das habe ich für dich getan. Geh und sieh im Kamin nach. Großer Gott! Die beiden stellten meine Geduld auf die Probe. Am nächsten Tag in der Schule saß ich unter einem Baum und ordnete meine College-Bewerbung, als Elden sich neben mich setzte. Hey, ich habe mir gedacht, wenn du... Ich wusste, was er sagen wollte und ich wollte es nicht mehr zurückhalten. Ich mochte ihn und er mochte mich. Ich beugte mich vor und küsste ihn zuerst. Danach waren Aiden und ich offiziell zusammen und ich war überglücklich. Wir verbrachten oft Zeit damit, gemeinsam für unsere Stipendiumsprüfungen zu lernen und er kümmerte sich so sehr um mich. Hey, Babe, ich habe dir das hier mitgebracht. Die muss doch kalt sein. Oh, ich liebte ihn so sehr. Aber in diesem Moment sah uns Gia und stürmte mit einem mörderischen Blick davon. Ein paar Tage später bekam ich einen Anruf von Aiden, der mir mitteilte, dass er in Harvard angenommen wurde. Das war großartig. Wir hatten uns beide zusammen beworben und ich war so froh, dass er es geschafft hatte, aber ich hatte tagelang keinen Brief erhalten. Ich war untröstlich, weil ich dachte, dass ich nicht angenommen wurde, als ich eines Tages anrief und fragte, was los war. Sie sagten mir, dass ich zwar angenommen wurde, aber dass ich meine Zusage für das College abgelehnt hatte. Das war der Wahnsinn. Ich hatte den Brief gar nicht erst erhalten und da merkte ich, dass etwas faul war. Ich ging direkt zu Gias Zimmer und trat die Tür auf. Gia, hast du meine Aufnahme in Harvard abgelehnt? Warum hast du das getan? Bist du verrückt? Warum sollte ich das tun? Ist mir völlig egal, was du tust. Aber in meinem Herzen wusste ich, dass sie gelogen hatte. Ich stürzte mich auf sie und wir beide fingen an zu streiten, als meine Tante hereinkam und mich wegzog. Geh von meiner Tochter weg, du dreckige Ratte. Sie hat nichts getan, das war ich. Ich habe deinen Zulassungsbescheid verbrannt und ihnen gesagt, dass du dort nicht studieren wirst. Was? Warum? Warum hast du das getan? Weil du das Leben meiner Tochter ruiniert hast, genau wie deine Mutter meines ruiniert hat. Das reicht jetzt. Warum bringst du immer meine Mutter ins Spiel? Was hat sie dir je getan? Oh, du denkst, du kannst es ertragen? Dann lass mich dir sagen, was für eine böse Frau deine Mutter war. Sie hielt sich für eine Prinzessin und behandelte andere wie Dreck. Sie hat mir sogar meinen Schulfreund gestohlen und ihn geheiratet. Sie war eine... Das reicht jetzt, du lügst! Ich wusste, dass meine Tante meine Mutter hasste, aber das war zu viel. Ich stieß sie weg und stürmte wütend aus dem Haus. Ich wollte nie wieder an einen Ort mit so viel Neid und so viel Hass zurückkehren. Dann zog ich in eine andere Stadt und fing an, in einer Wohngemeinschaft zu leben, während Aiden nach Harvard ging, um sein Studium fortzusetzen. Ich besorgte mir einen Teilzeitjob und bereitete mich weiter auf die Aufnahmeprüfung vor. Nach zwei Jahren harter Arbeit schaffte ich es auf eine Top-Business-Schule und machte aus einem Start-up innerhalb von sieben Jahren ein Millionen-Unternehmen. Zu dieser Zeit war auch Aiden zurück und wir waren glücklich verheiratet. Ein paar Jahre später wartete ich auf meine Anwältin für einen Geschäftsabschluss. Als ich sie aus dem Auto aussteigen sah, rannte diese Frau zu ihr und fiel ihr vor die Füße. Es war niemand anderes als Gia. Der Fahrer brachte Gia weg und als meine Anwältin auf mich zuging, fragte ich sie, was los sei. Ach, das ist nur eine verrückte Frau. Sie und ihre Mutter haben eine Soßenmarke mit dem Geheimrezept ihrer Familie auf den Markt gebracht und ein riesiges Unternehmen hat sie gestohlen. Jetzt sitzt die Mutter im Gefängnis und sie will, dass ich für sie kämpfe. Ich meine, sie sind pleite. Sie haben nicht einmal das Geld, um ein Honorar zu bezahlen. Das war bizarr. Und obwohl ich sie für alles hasste, was sie mir angetan hatten, konnte ich nicht sehen, wie sie sich abmühen und auf der Straße bettelten. Also wies ich meine Anwältin sofort an, ihren Fall zu übernehmen und bat sie, ihnen nichts zu sagen. Nach monatelangem Kampf gewann sie schließlich. Ein paar Tage später wollte ich mit meiner Anwältin in einem Restaurant zu Abend essen, als Gia und meine Tante auftauchten und sehr geschockt aussahen, als sie mich sahen. Amber, du Heilige, was machst du denn hier? Was soll sie denn sonst machen? Sie kellnert doch bestimmt hier. Ich kann nicht glauben, dass du jemandem wie ihnen geholfen hast, Amber. Diese Leute sind so schrecklich. Wie meinst du das? Nun, Frau Amber ist ein millionenschwerer Tycoon. Und sie ist diejenige, die mich gebeten hat, deinen Fall zu übernehmen und all deine Ausgaben bezahlt hat. Meiner Tante fielen bei den Worten meiner Anwältin buchstäblich die Kinnlade herunter. Und ich konnte sehen, wie sie um Worte rang, um zu sprechen. Oh, Amber, ich weiß nicht, wie ich dir das zurückzahlen soll. Ist schon gut, Gia. Ich denke, jetzt sind wir quitt. Sie ist als Gegenleistung dafür, dass meine Tante mich all die Jahre mit so viel Hass aufgezogen hat. Außerdem habe ich nur das getan, was meine Mutter für ihre Familie getan hätte. Amber, du bist so nett. Aber ich war zu dumm und habe dich aus dummen Gründen gehasst. Ich danke dir so sehr. Aber ich habe eine Bitte. Darf ich dich umarmen? Ich nickte, sie umarmte mich und ging.